Neuer Tag, neues Glück. Unsere Lady mit dem lila Handtuch. Was denn? Wasser? Den Kübel haben wir jetzt nicht dabei, ne? Den Kübel haben wir nicht dabei jetzt. Aufsinnig. Kannst du dann mal so oder mal so sehen, dann geht man mehr. Wer kommt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind hier voll im Insel-Bumping-Modus Schon geil, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind hier voll im Insel-Bumping-Modus Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind hier voll im Insel-Bumping-Modus Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zur Hüfthöhe ganz locker reingegangen in so ein Loch. So sehen hier in Schweden offizielle Straßen aus. Wenn man in Deutschland hier langfahren würde und eine Förster mit einem begegnen, müsste man sich erst mal rechtfertigen. Und hier sind es halt Straßen mit Namen. Eier mit Speck. So, wir spielen Schnauze, weil er draußen geht gerade die Welt unter. So, mittlerweile hat sich das Wetter ein bisschen beruhigt und es hat ganz schön aufgeklart hier oben. Und die Jungs sind gerade Holz holen. Ich habe hier mal diesen Baumsturm so drauf gezogen. ist echt frisch geworden, wenn wir nur ein bisschen Hitze kriegen. Jo, ansonsten, wenn ich heute nicht mehr filme, dann bis morgen. Wir haben mal die Inselseite gewechselt. Wir machen hier ein kleines Bäuerchen. Auf der anderen Seite ist ein Wellengang, da geht der Wind wie Sau. Und hier ist alles komplett glattes See. Ruhig. Das ist der absolute Oberhammer. Das ist wie ein komplett anderes Wetter da hier. Wahnsinn. Oh, jetzt kommt es aber dunkel von da oben. Hoffentlich kein Regen. Ja. Bcihe. Bcihe. Okay, Watt. osphere. anysbote. Töpfe. Meter durch diese Gas. inherent ist diverse. will der Ist das Riesbote wieder nostra. Schne made das Lad ind successive das Hund sing-Leute. sends Bange! Werens die Almung.